Ich gehe in den Dschungel um die 50.000 Knattern mitzunehmen. Was soll denn dieser Ort denn? Ich gehe doch nicht nach Hause, meine Haltung wieder. Das ist mir recht gesagt. Such mal, dann geh doch nach Hause. Nein, 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 nicht, 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 das kriegt jetzt Stopp, Stopp, Stopp. Nein, die sind umhergeeiert, die sagen alle, die da drin waren, naja, so eine gewisse Gunst hat es auch schon. Jetzt sind wir im Grimmelpreis, dann lassen Sie mich doch mal reden. Ein Unfug ist das alles. Wir müssen nicht über Dschungel reden, wir müssen nicht darüber reden. Denkt Sie an Ihr Herz, machen wir saugenwährige Dschungel. Das ist unglaublich, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich will mit erhobenen Hauptes raus, ich fresse Schwänze aber mit erhobenen Hauptes. Nein, 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 Stopp, 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 Stopp. Nein, 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 nein. Der Junge ist einfach zu unbekannt und hat vielleicht nur 50.000 gekriegt, Frau Nick kriegt 150.000. Wie weit sind wir denn langsam? In meinem ganzen Leben. Noch nicht so eine aggressive Frau, wie sie gesehen. Nee, aber ich finde es respektvoll. Ich zitter am ganzen Leib. Und das findest du in Ordnung? Kommt, bitte, ganz ruhig. Das wird mal Zeit, mein Junge, du. Dass du dir mal überlegst, was du hier machst in dieser Runde. Stopp, stopp. Mit Leuten, die du so... Stopp, bitte, einmal ruhig. Nein, 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 ich bin nicht ruhig. Ich bin sowieso viel zu ruhig. Grimme-Preis fürs Dschungelcamp. Warum nicht gleich den Fernsehpreis für Barbara Salisch? Oder den Integrations-Bambi für Bushido? Achso, das gab's ja schon alles. Ja, aber da kann ich doch nichts für. Doch, Bürschchen und Ob, überleg dir das mal, warum. Und das mit dem Ozonloch und der Klimakatastrophe, das find ich auch ne Sauerei von dir. Das ist höchste Zeit, dass du dir da mal was dagegen überlegst hier in der Runde. Nein, 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 nein. Also bitte, jetzt ist aber mal Ruhe. Nimm deine Hand da jetzt mal weg, mein Junge. Das ist nicht deine Sendung, ja? Wie bescheuert sind wir denn hier eigentlich inzwischen alle? Dieses Rumgebrülle hier. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Mir platzt die Fontanelle. Hör endlich auf, mich anzuschreien. Aber ich sag doch gar nichts. Ja, eben. Dann solltest du das vielleicht mal, du, 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 Schritschwitzer. Sonst höre ich ja nie auf, dich fertig zu machen. Dieses weibische Rumgeeier und Gewimmer, das hält ja keine Sau aus. Ne ZDF-Talkshow ist doch kein Streichelzoo. Ich krieg ja noch Sachsausen langsam. Also jetzt muss ich aber wirklich mal bitten. Wenn du mir noch einmal mit der Karte von der Nase rumfummest, dann zieh ich dir deinen Scheitel bis zur Kimme, ist das klar. Ich hab doch nie so eine brutale Frau gesehen, du. Ich hab doch richtig Angst. Das könnt ihr auch mal alle haben. Ich schrei euch alle tot, wenn ich will. Sag mal, findest du das eigentlich gut, mir und allen anderen hier so dolle Angst zu machen? Ich bin Dschungelkönig und ich zitter am ganzen Leib hier. Schau dir das an. Na, dann scheiß dir doch in die Hose, du labberiger Wendelpupser. Und dann kannst du ja mal versuchen, hier erhoben den Hauptes aus dem Studio zu gehen, wenn dir die feige Flitze-Kacke aus den Hosenbeinen läuft. So zitternder Zehen-Zwischenräumer-Abdruckner, du. Nein, 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 nein. Jetzt ist aber definitiv... Halt jetzt endlich mal deinen Maul, oder ich reiß hier den Kopf ab und kack dir in den Hals. Verdammter Scheiße, ich bin eine renommierte Künstlerin. Ich verkaufe doch nicht meine Würde und fresse erhoben den Hauptes rohe Wildschwein-Rosetten für 50.000 oder 100.000 Euro. Mit wie blöd seid ihr denn alle hier eigentlich? Ist ja gut, ist ja gut. Und für 200.000? 200.000 Euro? Nur für zwei Wochen im Busch hocken und Pippelkauen? Gut, dann bin ich dabei. Wäre ich auch sonst schön blöd, ne? Okay, Themawechsel. Markus, mein Länzchen, hattest du die noch ne Frage? Karten sind ausgewählt jeden Tag für die letzten ein paar Tage. Sie hat Pech, das tut mir leid ein bisschen. Ich möchte sie immer schützen. Sie sind so kleine Karten. Sie hat einen großen Mund oder sowas, sie hat einen großen Klapp, aber einfach, sie hat eine gute Hände, sie ist süß. Ich meine, die nächsten drei Jahre arbeite ich hart. Ich möchte ein Buch schreiben. Warum? Wer will das lesen? Ich schreibe immer ganz neben. Ja, aber warum willst du denn damit anfangen? Und ich war drei. Hm? Wenn? Wenn ich bin 40. Wann willst du damit beginnen? Wenn ich bin 40. Hallo, Timing. Timing. Wann? Du write. Wenn ich bin 40, Schatzi. Wenn ich bin 40. Wann bist du denn 40? In anderthalb Jahren. Dann sag doch gleich. Ich dachte, du bist schon 40. Weil du bist ja schon lange am Aussehen wie 40. Und riechst wie 50. Und plötzlich willst du irgendwelche Büsche reiben. Und... Äh, what won't it? No, no, no. Ich habe es gerade gesagt. Ich will eine Busch reiben. Wann ich bin 40. 40. Über mein Leben. Von drei Jahren auf. Weil vorher war es nicht so spannend. Also ich verstehe kein Wort, was du da aus deinem rasierten Kiwi-Schädel stammelst. Also jetzt nochmal. Du willst wem den Busch reiben? Naja, mich. Ich will einen Busch reiben über mich. Other people think you're boring. So, I wanna write... Aber du kannst dir doch nicht selber den Busch reiben. Du kannst dir nur einen von der Palme wedeln. Weil du bist ja ein Mann. Also untenrum. Nicht? Du kannst dir gar nicht den Biber bürsten oder den Busch durchkämmen. Ja? Rein anatomistisch. Oh, oh, oh. Ach so. No, 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 no. And a book. And a book. Yeah? Will ich schreiben? Mit the water of the paper. And you buy it on the laden. For the reading in to houses. Ach so. Ein Buch. Ja. Igitt. Wer soll denn sowas lesen? Also ich meine, wer liest denn heute überhaupt noch selber, ja? Also ich jedenfalls nicht. Das wäre auch unter meinem Niveau. All diese vielen Buchstaben überall. Das sind ja wie Papierkakerlaken, nicht? Nicht eklig. Yes. But I can also make it a herbal. Where I can tell my story self to tell them. And the eigena own word from me, right? I can tell my guns to live and I can tell you everything from that. Aber wer soll das interessieren? Also ich meine, dein Leben passt doch auf ein halbes Post-it. Hallo, ich habe Scheiße gebaut ohne Ende, nichts auf die Reihe gekriegt und am Ende musste ich in den Dschungel. Buch Ende. Ja, sicher, aber dafür habe ich ja auch allerlei Brüste mitgebracht, ja? Und zwar nicht zu knapp, nicht? Du bist vielleicht Stripper, aber immer nur so unnatürlich angezogen, verstehst du? Machst alle nur heiß, ja? Erzählst was so von Buschreiben und so Ferkeleien, aber dann ist tote Hose, ne? Aber du hast ja auch Trump gewählt, das ist typisch für dich. Oh, 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 no, no, das ist Fake News, Fake News, ja? Das war eine Fehler. Ich habe nur gemacht die Kreuzer bei der Foto, weil ich wollte habe die Frisur, ja? Und wenn ich reibe meine Buch, wenn ich schreibe meine Buch, dann erzähle ich das von der Geschichte mit mir von einer kleinen Boy, als ich noch ein Kind war, von der bis die Ende 40. Und wenn alle kaufen, ich bin reich und kaufe mir eine Sprache und bei mir ein Brain an der einen. Weißt du, wenn du sprichst, ist es so, als ob, wenn ich lese, Ich versteh' kein Wort. Whatever. Ey, was machst denn du? Ach bitte hör doch mal auf damit. Also weh ist er? Wir töten doch hier keine Tiere. Gina hatte Angst vor dir. Ach, Kinder. Ich wollte dich beschützen. Danke. Mein Beschützerinstinkt ist riesengroß. Ich bin eine Skorpion und ich passe gerne auf andere Leute auf. Wenn eine Schlange jetzt auf Gina zukriecht, dann würde ich zumindest was sagen oder würde auf die Schlange treten? Es ist genau wie gestern, Alexander. Es war keine Schlange, es war kein Löwe, es war eine, der mit Zähnen fletscht, es war kein teubittiger Hund, es war eine kleine Fliege. Die saß jetzt mindestens fünf Minuten auf meiner Hand und hat sich geputzt, die Flüge schön gemacht und wollte nur ihres Weges fliegen. Ja, die wollte sich nur noch mal kurz frisch machen auf dem Kackehaufen da drüben. Dann wäre sie zu mir zurückgekommen und wir wollten uns weiter unterhalten. Das war jetzt gar nicht Sexuelles, wir haben uns einfach nur gut verstanden, rein menschlich. Aber dann kommst du und hast dich einmal dann... Also ich habe nur Gina-Lisa beschützt. Die hatte Panik, die hat geweint die ganze Zeit. Da sind vor Angst schon die Brüste geschrumpft. Die wurde von der Fliege unsittlich angetanzt. Da musste ich mich als Held dazwischenwerfen. Nun komm doch mal, du bist doch kein Held. Du bist bloß eine glattgewichste Grinsefresse, der den kleinen, naiven Teenie-Mädchen da draußen die schnübberfeucht lächelt. Ich war Mr. Hessen. Ich habe zwei Bachelors in irgendwas. Ich habe das schönste Spiegelbild Deutschlands. Ich bin immer authentisch und ich bin Sternzeichen Skorbut, Ascendent Bronchitis. Das heißt, ich habe einen genetisch extrem ausgeprägten Beschützerinstinkt. Ach ne Weste. Das war doch nicht Godzilla. Das war kein Feuerspeiner-Drauche. Das war eine kleine Fliege. Aber Hanka vielleicht doch eine sehr gewalttätige aus einem sozialen Brennpunkt. Sorry, aber das kannst du nicht wissen. Und wenn eine schwache junge Frau, bei der ich vielleicht noch mal irgendwann den kleinen Honigbolzen eintunken möchte, mich um Hilfe bittet, dann schlage ich den Angreifer tot. Wenn der kleiner und schwächer ist als ich. So what? Nun laber doch nicht so viel Dünnes, du alter Schleimsmiley. Und wenn da jetzt so ein richtig großes Tier käme, was gefährliches, dann wärst du doch der Erste, der wegrennt. Und zwar sofort. Ja natürlich, aber nur um die Polizei zu rufen oder die Behörden zu informieren. Gleich nach dem Duschen, Waxing und deiner kleinen Gesichtspflege. Aber ich würde euch aus der Ferne immer ganz, ganz, ganz fest die Daumen drücken, dass ihr das auch ohne mich schafft. So. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich muss für Gina-Lisa noch eine aggressive Ameise liquidieren. Und um halb vier habe ich noch Analbleaching und Pediküre. Also wenn ich nicht schon über 200 Neurosen hätte, ne? Jetzt wär höchste Zeit für eine Arschgeigenallergie. Oh, wir sind zu klein. He 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 he. Leger fort. Leger fort. Leger fort. Leger fort. Leger fort. Leger fort. No, sorry. No. Okay. Das ist zu eng für meinen Hals. Das ist zu eng. Das tut mir echt leid. Aber momentan krieg ich eh schlecht Luft. Was? Und für meinen Hals ist es eh zu eng. Aber ich drück euch die Daumen, dass ihr das schafft. Was? Lieber Honey, du weißt schon, dass wenn du es nicht machst, keiner es machen kann. Dann ist die Prüfung beendet. Dann gibt es null Sterne. Ich denke, die Leute werden das verstehen. Was? Warum nicht? Sag uns die Begründung bitte. Die Frage ist... Er bekommt so schlecht Luft. Nee, Honey, das ist nicht dein Ernst. Bitte versuch es doch wenigstens ernst. Mach ruhig, wenn der ein Problem hat beim Luft. Und was willst du ihnen jetzt sagen, dass er sich reinsetzen soll? Der Kragen ist viel, viel enger bei mir als bei den anderen zum Teil. Gehört das jetzt schon zur Prüfung oder kommt da noch was? Nee, sorry guys, aber ich habe eh so einen dicken Hals vom ganzen falschen Dauergrenzen. Das geht voll auf die Muskulatur und da ist viel Schleim und Schmalz da drin. Das ist mir echt zu eng da. Also daher, es tut mir echt weh im Herzen, aber fuck you all guys, heute gibt es nichts zu fressen. Aber ich denke, dafür habt ihr auch alle Verständnis, oder? Einige sollten sowieso etwas abnehmen. Was? Also nee, da läuft mir doch gleich vor Wut das Botox in den Schlöpfer. Also ehrlich, das ist doch alles gelogen. Ah, okay. Okay, aber die Regeln sind die Regeln. Wenn er sagt nein, und er will uns verarschen, dann müssen wir Verständnis zeigen. Und die Arschel verarschen. Das sind die Regeln. Was? Ja. Aber Heinelein, ist es denn wirklich so schlimm, dass bisschen Gummi am Hals... People, ihr wisst es, ich habe einen sehr muskulösen Body und einen wunderschönen, muskelstraffen Heldnerhals. Also den Hulk der Hälse gewissermaßen. Und wenn der bedrängt wird, dann kratzt das manchmal beim Rauchen. Und da ich eh schon eine fast behauptete Bronchitis gehabt hatte, darf ich das einfach nicht machen, hat auch Dr. Bob gesagt. Hallo. Just to make it clear, his Hals is absolutely normal and actually quite small, like his penis. He's a terrible liar and a pathetic little pussy. Bye-bye. Hey, was hat der Arzt gesagt? Ich verstehe doch kein Englisch. Geht es Honey gut? Wird er es überleben? Hat er eine Halsvergiftung? Nee, der Dr. Mops hat nur gesagt, dass die glatt rasierte Popofresse lügt wie gedruckt. Mensch, guck nur, wie fies der Grinsen tut. Also erstens, das ist kein Grinsen, das ist Sweet Sugar, das Professional Honey Face Number 8, das hat er am besten getestet bei den Fans. Und zweitens, ich lüge nicht. Ein Honey lügt nie. Aber ich habe nun mal alternative Fakten. Echt, Honey? Ich find's total tapfer von dir, dass du diesen starken männlichen Impuls zu kämpfen und niemals aufzugeben jetzt so mit aller Kraft widerstanden hast. Und lieber deine egoistisch verweichlichte Seite zeigst, um uns alle hungern zu lassen. Das ist voll mutig und ehrlich von dir, ne? Oder? Well, when the Honey sagt, here's a dicker Hals, here's a dicker Hals. Kropf and Hals got a Hals. It's a German Sprichwort. Rabimmel, Rabammel, Rabamm. Was? Arschloch. Sagt mal, bekommen wir unseren Körper eigentlich wieder, wenn die Prüfung hier vorbei ist? Hallo? Commeώ? Und du?